Peter Klein hat genug. Der Verflossene von Iris Klein sorgte in diesem Jahr bereits für ziemlich viel Drama. Seine Ex-Partnerin hatte ihm vorgeworfen, sie während seines Australien-Aufenthaltes mit Yvonne Wölke betrogen zu haben. Daraufhin ging die Beziehung in die Brüche und die beiden lieferten sich eine öffentliche Schlammschlacht. Auch andere TV- und Netzbekanntheiten mischten sich immer wieder in das Drama ein. Peter verkündet nun, dass er auf nichts mehr reagieren werde. Nachdem dem 55-Jährigen seines Erachtens nach im Netz wieder einmal falsche Vorwürfe gemacht wurden, zieht er jetzt seine Schlüsse. Peter verkündet in seiner Instagram-Story, meine Reaktion auf zukünftige Anfeindungen und Posts, die meine Person betreffen, wird so aussehen, dass ich mich einfach lächelnd zurücklehnen und die Show genießen werde. Trotzdem wolle er sich einige Sachen nicht gefallen lassen, sollten diese Posts dann strafrechtlich relevante Inhalte aufzeigen, werde ich diese direkt an den Anwalt übergeben. Der Fitnessfin hatte bereits vor wenigen Wochen begonnen, seinen Umgang mit dem Drama zu hinterfragen. Wenn du anfängst zu zweifeln, wenn du gewisse Handlungen nicht nachvollziehen kannst, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, aber es kommt, dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, ob die vorherige Herangehensweise richtig war, hatte Peter im Netz festgestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017